Wenn eine Frau, wie ich, allein in einer Bar, eine Frau mit dieser Bitte vögelt mich, ich habe an meiner letzten Eisprünge vor der Minopause-Ausstrahlung, da braucht es nicht zwingend Betörungskünste. Ein Blick und schon. Als ich noch in der internationalen Schweinezucht gearbeitet habe, habe ich gesagt, Mama, ich arbeite in der Schweinezucht. Heute könnte ich sagen, ich arbeite in der Reproduktionsmedizin. Das gab es in ihrer Zeit nicht. Da wird sie misstrauisch, da wird sie unruhig. Was soll das sein? Wenn ich meine Hände ansehe, die so gar nicht, die Hände meiner Mutter und nicht die Hände des Mannes, den ich Papi nenne, die sind anders. Sofern man davon ausgeht, dass genau in dem Moment ein 25- bis 35-Jähriger aus der Gruppe der hier in dieser Praxis gezeugten und dass dieser genau in dem Moment des Entgegenkommens nicht auf sein Handy, sondern in mein Gesicht... Ich will, dass meine Mama das gut findet, was ich mache. Danke, danke. Bedanken Sie sich nicht bei mir. Bedanken Sie sich bei Ihrem Arzt, Ihrer Ärztin. Von mir bekommen Sie demnächst noch eine entsprechende Rechnung. Ich mag Frauen.